Oh Mann, das klappt ja hier wieder gar nicht. Hey Leute, ich bin Snackpapery. Ja, wollt ihr jemandem was auf Englisch schreiben und eure Texterkennung erkennt irgendwo nur Mist? Ja, keine Sorge, ich zeige euch mal, wie man die Sprache ändern kann und das zum Beispiel auf Englisch einstellen kann. So, jetzt zeige ich euch einmal hier auf meiner Handyoberfläche, wie man eine andere Sprache für die Autokorrektur einstellen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt etwas auf Englisch schreiben will und dann nicht immer ins Deutsche korrigiert werden möchte, was dann total sinnlos ist. Ihr geht also erstmal in eure Einstellungen rein, dann geht ihr auf System. Von System geht ihr einmal auf Sprachen und Eingabe und jetzt wählt ihr hier oben gleich einmal die Sprachen aus. Und jetzt könnt ihr hier noch Sprachen verwenden, also ihr seht jetzt Rechtschreibprüfung, Sprachen verwenden. Und hier könntet ihr jetzt eure x-beliebige Sprache einstellen, die ihr dann haben wollt. Und entsprechend so würde dann das System euch korrigieren. Also in dem Fall würde man dann Englisch auswählen, wenn man jetzt Nachrichten auf Englisch schreiben möchte. Ja, ich hoffe diese Anleitung war hilfreich für euch. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Anleitungen von mir. Ich sage bis dann, euer MacPepery.